Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in einem heutigen Ranked Game spiele ich Shyvana im Jungle. Mit dabei ist wieder einmal der Julian und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen. Ich mag immer diesen Darkseal ziemlich. Irgendwie schön damit zu spielen. Mhm. Oh wollen wir nochmal Lucky Lucky machen. Anfang der Season habe ich Shyvana ja auch oft gespielt. Aber nach dem Nerf, mh. Wird ja immer noch sehr stark. Ja, es geht. Schwach ist was anderes, aber. Oh mein Gott, mein Ult hat 142 Sekunden auf Stufe 1 und Prozent ins CDR. Mhm. Boah. Jetzt weiß ich warum man mit Vladimir so hart auf CDR geht. Weil am Ende hat die 70 Sekunden. Ja, aber nicht nur wegen der Wild, auch wegen der Queue. Na, wegen der allen. Wegen allen. Das ist halt einfach dumm. Geht. Drei Sekunden auf einer Queue zu haben, ist das komisch schon. Macht Spaß. Guck, die Arils rollen. Nö, glaub ich nicht. Kann ich mir Niste vorstellen? Oh, doch, doch, ich schon. Hm. Alter, schwarz, er. Böse. 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 Wir nehmen die nochmal Rex 2. Böse. 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 Ich glaube, dass der Typ nicht weiß, wie man gegen Wladimir spielt. Okay, bei mir im Jungle ist Rek'Sai. Ja, so ist Mist. Hi. Pass auf, also. Da ist er? Ja. Oha, shit. Hi. Hi. Da ist sie. Wo kommen die denn jetzt her? Oh, ein Mist. Das war natürlich richtig doof. Ich gehe. Ja. Ja, so ein Kill, ey. Das soll nämlich auch noch Gang-Wundersende her. Ah, loko. Scharweinerei ist das. Hier bin ich mir das auch schon gestorben. Ah, Brand gegen LeBlanc. Kann ich mir auch schönere Sachen vorstellen. Ja. Weh. Ach. Das ist echt kacke. Bleiben sie ruhig. Ruhig bleiben, Schock bekämpfen und weitermachen. Boah. Jetzt sind sie wieder hier, beide. Vorsicht, sie könnten gleich von hinten kommen. Also jetzt wollen sie erstmal auf mich. Von hinten kommen, sind sie tot. So, das macht halt keinen Sinn. Nein, man darf doch kein Wladimir, so. Weil das dümmste, was man tun kann. Ne, ich denke, die wollten wieder nur mich. Die wollen mich im neuen Jungle ärgern. Die wollen nicht, dass ich nach vorne komme. Doch sind. Ja, das schaffen sie nicht. Der Jungle war ja eh leer. Jetzt gehe ich runter auf dem Bot. Ah, die mögen mich anscheinend nicht. Wahrscheinlich pre-made. Das ist schon mal so abgesprochen. Oh, Brand, geh auf, Alter. Oh, schön. Gut. Ich hab das nicht gekriegt. Ja, ist wichtig. Ja, das ist übrigens Mist. Ah. Lulu hat Flash raus. Ja, das ist ja Top-Man. Ah. Lulu hat Flash raus. Ich komme ja ganken, aber eine Leblanc zu ganken ist ungefähr das Unmöglichste, was es gibt. Hier bist du wieder Mist. Keine Ahnung, was die die ganze Zeit treiben. Ich auch nicht. Geralt ist noch nicht da. Und Buttline macht's gut. Viele Tatwitsch, was besseres gibt's nicht. 2-0-1, 1-0-2. Wunderbar. Ja, da ist ja wieder dein Yasu. Unter dir im River. Neu. Warum das denn? He. So, Level 6. Versuch einfach gegen den Typen zu farmen. Hm, ich komme auch gleich mal. Wenn sie in der Kölze sogar Double Kill machen. Also, ne, mach der nicht, aber... ...Wern die also zu ganken. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Hä? Wie mache ich das mit der Kamera wieder weg? Verdammt tags. Ah, ist nicht cute. Der hat irgendwo da drin, denke ich. Ja, Julian, ich habe die Kamera so komisch verstellt. Z, drück Z. Das funktioniert nicht. Drück Leertaste. Geht's? Ne. Wie ist denn die Kamera verstellt? Na, dass ich immer in der Mitte bin. Oh Mist, das hatte ich letztens schon mal. Mir geht das immer mit Z weg. Ja, das hat mir auch einer geschrieben. Ich logge mich mal kurz aus. Ja. Ja. Ja, geht's wieder. So kacke ey. Rexa ist bei mir oben. Man kann keinen von laden, die mir ganken. Wird. Jawoll. So. Funktioniert alles wieder. Und da. Die Ruhe vor der Schlacht. Die Ruhe vor der Schlacht. Die Ruhe vor der Schlacht. Ich bin leichter Held auf der Top-Lean. Das hört sich gut an. Gucken wir mal. Ja. Das ist, wenn er aber auch immer irgendwo anders rumturnt. Oh, die machen Drag. Das heißt, wir haben den. Oh, er ist sehr schön. Oh, dein Jasu ist auch da. Ja. Dafür sterben alle, weil der Brad nicht kommt. Hm. Aber ähm, ne, scheiße. Hat mir Jasu zwei Kills gekriegt. Der Cockma und der Jasu haben alles reingeböllert. Kannst du ja gar nix tun. Ne. Kriegt er noch zwei Kills ey. Ne, mich nicht. Da. Komm Grant, ich hab'n Exhausted. Damn it. Nur die Lulu noch gekriegt. Und jetzt bin ich nicht mehr Head. Da brauchen wir nur ein blöder Meeresdraht. Wir sind immer noch leichter Head. Das war eigentlich leicht, wenn wir zwei Kills sind. Ja, es sieht schon gut aus. Noch kein Tower gefallen, Drache, zwei Kills vorne. Vom Farmen auch überall vorne. Oder? Ne, Mitte nicht. Aber ansonsten, es sieht schon nicht schlecht aus. Vor allem ist unsere Bot-Line richtig schön stark. Ja, keine Chance. War schon viermal verblendet hier. Naja, die sind pre-made. Definitiv. Das ist, was ist, was? Ach, weh. Ich wurde hochgenockt und da wollte ich dann eigentlich hochgenockt, weil ich wehbar hatte. Das hat einen ganzen Cool-Land von der Wave verbraucht. Wie geht der Jahr so? Ja. Vorher ist auch mein Gang. Die ganze Zeit da. Jo. Mein Tower ist weg. Jetzt gg. Bleiben Sie ruhig. Ich werde dich jetzt auch ein bisschen zitten. Ich weh es, ich weh es. Das ist ein bisschen Spade. Aber dafür haben wir halt in diesem Fall mal die Bot-Line total dominiert, ne? Oh, der brennt. Jetzt wird er gejagt. Ist tot. Nee. Dann kann der Ari entgegen gehen. Das könnte passen. Ja, passt auch. Ich kann noch nicht mit Brand spotten, weil der Brand wird auch sterben. Ja, so. Ja, vor allem hast du jetzt auch ein bisschen doof gepusht. Das ist jetzt auch wirklich gefährlich, da hinzugehen. Egal, habt ihr. Na ja, so ist es wieder top. Ja, so ist es wieder selbe Gold wie er. Ja, so ist es wieder selbe Gold wie er. Zack. Hm. Ich habe noch nicht genug Schaden gemacht. Nein, ich will mitlehnen. Oh, das ist ein Franzose. Oh, das ist ein Franzose. Wird denn der flamet? Natürlich machen wir es Franzosen nicht immer. Ich gehe. Ich gehe. Oh, Vorsicht Oh, ich sage Vorsicht Damn it Ja, unser Fokus auf Rek'Sai war auch dumm Aber ich wollte dir da helfen Okay, jetzt haben wir einen fetten Kogner Ja, scheiß Wall, ey Okay, Ari nimmt aber Ach nee, nur Lulu Das war so dumm vom Tisch Ja Da müssen sie halt mal ein Yasu schieben, ey Ist nun mal Yasu Weil er nicht gebannt wurde Drake ist auch ab Das ist egal, wir sind viele, man schützt uns alle Korrektamente Komm, Drake machen Das ist die scheiß Krabbe Da ist der Fieb Ja, kriegt er nicht mehr Über mir ist Pogma Bitteschön Leute, die mich fokussen, ey Oh, shit Einfach aus dem Leben gerutscht hat Komm, Tower Ja, so kommt von hinten Ungefähr da Damit hab keine Ult Logischerweise Mach aber einen Tower erst Sorry, kann ich nicht mehr Nee, macht nichts Hab einen Exhausted Oh Na ja, aber Tower gekriegt Ja, Tower für den Kill Ja, das ist in Ordnung Na doof, dass der Kill wieder für Yasu war Und jetzt schon 5 Vielleicht geben wir Beide sehr stark 6, 1 Hier Na ja Spaßig wird das nicht Ah, da will ich raus Ich will raus Lasst mich raus Wow Alter Guck mal, mein Leben Uh Das ist ein Geist Dafür hab ich einen Kill geholt Und einen Yasu auch ordentlich noch verplättet Oh je, Wladimir ist mein Champ jetzt geworden Irgendwie Ist auch ein geiler Champ Vor allem hat alles Er ist tanky, er macht Schaden Er ist halt Er ist disengaged, er hat engage Nein, engage hat er nicht so wirklich Ja, aber schon So, ey Boah, wie schnell ich bin Wie schnell ich bin Nein, ihr seid... 49, 10, 10, wirklich? Ich hab den nächsten Tower Oh Ja Der Brand wurde einfach so hart Ne, die Ari wurde einfach so hart Gewonshottet Von Yasu Rex Oh geil, dass sie mir nicht entgegengekommen sind Ich dachte, die holen mich jetzt alle So, next Tower Du pusht einfach während wir fighten Wir verlieren zwar die Fights, aber du holst immer einen Tower Das ist ja geil Ja Ja Ja, Shyvana macht Tower auch ziemlich schnell, muss man sagen Alter Nice, ey, Twitch Monster Guck mal, der macht sogar den Der macht sogar den Kogmar Haben wir sie geabst? Ja Nee Doch Steht aber nicht da Na und? Es sind alle tot, also es ist gazed Tot Sache Dann lasst Barron machen Oder? Naja, lasst die da erstmal weiter pushen Weiter machen Ja Jetzt leben sie alle wieder Nein, ohne Ich bin das Oh, ich bin da Es ist ein Ich bin da, zum simpel Also, ich bin bei mir Also, ich bin da 3 ein 2 für 3 Trader, wir kriegen 3 Tower ne, sogar 4 wenn du jetzt noch kriegst, 4 Tower Ah, damn it! Ah, den innerpolte ich jetzt auch noch unbedingt Wir haben 4 Tower gekriegt 4 Tower und 3 Kills Jop 4 Tode Und ich hab da oben noch einen Kill mitgenommen, ne, die Leblanc während ich da den Tower gemacht hab 3 Kills, 4 Tode und 4 Tower Mann, gar scheiße, ich hatte Pushs, ey Ja, Shibana ist zusammen mit Trindameer und noch ein, zwei anderen glaub ich, der härteste Split-Pusher, den es gibt Fiora? Okay, du warst die ganze Zeit Top-Dain Heheheh Gut, ich hab jetzt auch mal den Kabel vorm Baron gemacht Ja, ich muss erst mal meine Ulti aufladen jetzt Gibt nichts Schlimmeres als Shibana in Teamfight zu gehen ohne Ulti Komm, da gehen wir drauf So geht das Boah, aber guck mal Jawohl, platzt auch Ich glaub, wir können finishen, ne? Müsste eigentlich GG sein Jasur hat keine Chance Ja Du wüsst doch gar nicht, dass wenn ich mit dem Öl drauf hab, du hast ja noch mehr Schaden Heheheh Ja Ja Tränk den einfach Fünfter Sieg in Folge Fünfter Sieg in Folge Also, wir finishen Ja, finishen wird eng Oh, ne und ich sterbe dabei, haut ab Versuch rauszukommen Ja, weißt du auch warum? Weil Twitch nicht dabei war Der hat Botline gemacht Oh Was macht der denn? Ja Ja, er rasiert jetzt noch Schon okay War wichtig, dass er noch was geholt hat, weil die hätten jetzt Free Baron Oh, da macht's ja alle Ne, schade Jasur natürlich nicht Ja Mhm Ja, das war, weil der Twitch auf der Bot gegangen ist und wir sind in der Mitte, wir hätten einen Toplane innerhalb holen sollen Ja War alles ein bisschen Fail jetzt Und ich hatte halt keine Ult Jetzt hast du wieder Ult Ja Lass mich mal ein Toplane fahren, bitte Sicher? Ja Oh Mann Die Ruhe vor der Schlacht Na gut Du hast sowieso schon losfahren Aber auch ein bisschen fahren Ah, ich bin sowieso schon Stufe 7, also noch ein S brauche ich nicht Ja, würde ich endlich kriegen mit 6-6 Ich gehe Drei E's und die Waves ist tot No, push mal richtig schön entgegen Wo kann ein Jungle Camp hier Ich zieh mich mal zurück, die sind jetzt alle miss Ah, Rexai ist da unten Ja, sie ist hier Oh scheiße Scheiße Schlecht Gut Das durfte nicht passieren Guck mal, hat mich gewonshottet Ja, das war richtig Fail Ich hab sie voll reingeultet Boah, jetzt kommt Twitch eigentlich Ja, der kann rasieren Oh mein Gott Dieser Chap Aber Ari klaut den Pentakill Dieser Chap ist doch dumm Ari klaut den Pentakill Dieser Chap, Alter Ja, das war's Ja, das war's Wenden sogar die Minions Fünfte Sieg in Folge mein Jung Ja Das trotz unserer dummen Aktion da eben noch Ist echt so Ja Jetzt wurden wir mal gecarried Das muss ja auch mal sein Juhu Naja, mitgecarried haben wir auch Aber der Twitch halt wieder fett Wie in dem letzten Game, was ich hochgeladen hab Mit Twitch Ja Ja Da wo er Penta gemacht hat Genau das Ja, ein extrem starker Twitch Und ich muss ja nicht jedes Game carry Meine Aufgabe habe ich denke ich ganz gut erfüllt Und ich hoffe euch hat das Game auch gefallen Und wenn ja Daumen hoch bitte nicht vergessen In diesem Sinne Bis bald, euer Aran